Guten Morgen meine Lieben, herzlich willkommen zum Tagesimpuls für den letzten Tag der Woche, den Sonntag. Wir schauen einfach mal rein, welche Energie sich hier abschließend nochmal zeigen möchte für den heutigen Tag. Ich hoffe, du hast gestern etwas für deinen Körper und Seele getan. Das war ja die Body and Soul Karte. Und wir schauen mal, was sich heute zeigt. Schreib auch gerne mal in den Kommentaren, wie du die Woche empfunden hast energetisch. Du kannst natürlich auch immer nochmal zur Wochenbotschaft schwenken, die vom 16. bis heute zum 24. geht. Und dann schauen wir jetzt einfach mal rein. Und ich verbinde mich mit euch und mit dem heutigen Tag, mit dem Sonntag. Und bitte einen Tagesimpuls. The Land Between Ja, das ist eine interessante Karte. Die Karte ist dem Stirnchakra zugeordnet. Und ich habe so das Gefühl, dass es gut sein kann, dass bei ganz, ganz vielen von euch man sich heute ein bisschen Gedanken macht. Also Kopfgedanken, aber auch Gefühlsgedanken, wenn es um das Thema Zukunft geht. Wenn es um das Thema Beziehungen zu einer gewissen Person geht. Und das hat ein bisschen was, was ich so fühle jetzt von Nostalgie. Es kann sich natürlich aber auch um eine Situation handeln in der Vergangenheit, dass das heute aufploppt. Oder speziell, dass man heute gewisse Verbindungen im Leben hinterfragt. Oder man einfach mal da reinfühlt oder Themen aufploppen. Und es kann auch gut sein, dass du dich denkst, wieso denke ich jetzt da drin? Aber letztendlich ist hier der Hinweis, da einfach mal reinzugehen. Weil das hat eine Verbindung zum jetzigen Leben. Beziehungsweise zu deinem jetzigen Sein, zu der jetzigen Situation. Es können natürlich auch Themen aufkommen, die vielleicht wirklich den Ursprung im alten Leben haben, im vorherigen Leben. Aber ich bekomme es auch ganz stark, vergangene Themen, die sich jetzt zeigen, damit sie nochmal angeschaut werden. Weil sie als Spiegelung für deine jetzige Situation gelten. Das war natürlich ein ganz, ganz poetischer Abschluss zu dieser Woche. Ja, ich bin sehr, sehr gespannt, was es im Einzelnen für dich bedeutet. Für mich gerade nochmal der Rat, der wird mir durchgegeben, genau hinzusehen heute. Also dich genau zu reflektieren, das könnte dir gegebenenfalls helfen. Vielen Dank, dass du mich die Woche begleitet hast mit den Tagesimpulsen. Ja, und ich freue mich natürlich, wenn du beim nächsten Video wieder mit dabei bist. Ich bedanke mich von Herzen fürs Zuschauen, fürs Zuhören, für alle Likes, alle Abos, alle Kommentare. Von Herzen vielen, vielen Dank und bis ganz, ganz bald. Mach's gut.